Das soll ein tolles Klick sein. 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 So, Pause. Jetzt links abbiegen. Wow. Jetzt wird mal ein Problem gelöst. Sprit haben wir voll. Die Laune haben wir auch. Dann kommen wir hier raus. Gucken wir da hinten mal auf den Hoffer. Jetzt links abbiegen. So, das war die Rettung. Hier das Café oder Hotelcafé. Jetzt rechts abbiegen. Hier geht's wieder raus. Neue Reifen. Oh, das ist ja. Jetzt schnell. 40 Minuten brauchen wir für beide Reifen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Da haben wir es einfach. Oh, rechts abbiegen. Da haben wir es einfach. Ja. Da haben wir es. Da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft. Das war's für heute. In einem Kilometer ins Abbiegen. In einem Kilometer ins Abbiegen in die Hauptstraße. In einem Kilometer ins Abbiegen. In einem Kilometer ins Abbiegen. In einem Kilometer ins Abbiegen. Jetzt links abbiegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Waren wir noch da oder hier? Das war die Hauptstraße. Jetzt rechts. Das war zu spät. Jetzt rechts abbiegen. Hier lassen wir einer oben bei der Kirche abbiegen. Hier ist auch schon Schmutz auf dem Teppich. Ich habe gesehen. Hier weiter hochfahren. Hier ist auch eine Engelgasse. In 300 Metern hinausfahren in den Güterweg Donnerskirchen-Weingartenweg. Hier ist auch ein Schmutz. In 300 Metern. Hier ist auch ein Schmutz. Hier ist ein Schmutz. Hier ist auch 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 ein Schmutz. In 300 Metern rechts abbiegen. In den Güterweg Donnerskirchen-Weingartenweg. Ja, alles klar. Aber hier vibriert was. Pause.